Moin, Nietzsche hier. Ich zeige euch heute die besten Meta-Builds und somit die stärksten und mächtigsten Builds in der Season 4. Ich führe nur Builds auf, die mindestens einen bestätigten Gruben-Clear von der Stufe 110 haben. Und ja, für einige Klassen ist 110 schon fast das Maximum. Wir gehen dabei die Liste von hinten nach vorne durch, aber eins kann ich euch sagen, es verstecken sich dazwischen ein paar Knaller, die noch wesentlich mehr Potential nach oben haben. Aber genug gelabert, jetzt geht's los und das erste Build im E-Tier und somit der letzte Platz auf dieser Tierlist ist der Frozen Orb Mage. Allerdings punktgleich mit dem Blizzard-Build, ebenfalls für alle Zauberer und Zauberinnen da draußen. Übrigens alle Builds, die hier nicht aufgelistet werden, sind keine Meta-Builds, aber ihr könnt mich wie immer eines besseres belehren. Beide Builds haben eine gute Geschwindigkeit, ein hohes Schadenspotential, vor allem im AOE-Bereich. Bei Bossen schwächeln derzeit beide Builds, allerdings sind die Defensivmechaniken mit Flammschild und Eisrüstung ungeschlagen. Zudem spielen sich die Builds sehr intuitiv und sind sehr einsteigerfreundlich. Ein Link zu beiden Guides von dem deutschen Sorcerer-Experten, den guten Baskeneter, findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit dem Vernado-Druiden. Dass der Druide mal nicht an letzter Stelle in einer Tierlist ist, ist schon kaum zu glauben. Allerdings ist der Druide im Klassenbanking weiterhin auf den letzten Platz, denn vom Mage folgen noch einige richtig krasse Builds. Aber jetzt erstmal zum Vernado. Ebenfalls im E-Tier. Aktuell ist der höchste bestätigte Clear 114. Bitte bedenkt, dass es sich dabei um den Zeitpunkt der Aufnahme handelt und alle Gruben-Clears sich leicht verändert haben können. Also bitte killt mich nicht wieder in den Kommentaren, nur weil ein Build zwei Gruben-Stufen mehr geschafft hat als angegeben. Der zugrunde liegende Richtwert bleibt gleich. Der Vernado hat hohen Schaden und eine sehr gute Geschwindigkeit sowie Clear Speed. Was hindert ihm also noch höher zu laufen? Das ist einfach zu beantworten. Er ist immer mehr tot als lebendig. Zudem versteckt er sich hinter seinen Minions, um ein bisschen mehr aushalten zu können. Kennt ihr noch das Jahrmarktspiel von früher, Schlag den Maulwurf, nur dass ihr als Vernado im Bosskampf der Maulwurf seid und zu 99% nur versucht den Attacken auszuweichen. Das reduziert euren effektiven Schaden enorm und sorgt für das vergleichsweise schlechte Ranking und ein sehr hohes Frustlevel. Nichts für schwache Nerven und Leute, die gerne mal eine Maus oder Controller zerstören. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Bummer für Druiden. Und zwar zum besten Druidenbild, das leider auch nur im E-Tier ist. Allerdings ist das Windstierbild wesentlich stabiler. Da es sich um ein Basisattackenbild handelt, müssen wir unsere Ressourcen keine Sorgen machen. Das gepaart mit der hohen Überlebungsfähigkeit mit bis zu 150.000 Lebenspunkten macht das Windstierbild derzeit zu den Musko als Druiden. Österreich ist 119 und somit ganz kurz vor dem S-Tier. Und schon sind wir im 120 Plus Bereich, also im S-Tier. Und das erste Bild hier ist für mich etwas ganz besonderes, denn es ist mein Hero2Zero Barb in seiner finalen Gummibärenform. Wer die Gummibären nicht kennt, ist zu jung und schaut statistisch gesehen auch nicht meine Videos, denn nur 3% von euch sind unter 30 Jahren. Der Leap, also der Sprungbarb ist schnell extrem einfach zu spielen. Im Prinzip hüpfen wir nur von Gegner zu Gegner und machen diese platt. Dadurch sind wir schnell unterwegs und haben sehr guten AOE Schaden. Allerdings fehlt es ein wenig an Boss Damage. Und für das Bild ist Harlekins Krone leider Pflicht, denn ohne diese haben wir nicht genug Abklingzeit auf unseren Sprung. Und das Über-Unique Selig boostet unseren Schaden enorm. Ansonsten ein absolutes Fun-Bild. Ich fange damit die 99er Grubemans und somit meine Materialien. Höchster bestätigte Clear ist 121. Denkt bitte daran meinen Kanal zu abonnieren und helft mir dabei den Sprung auf 1000 Abonnenten noch bis Ende des Sommers zu schaffen. Ebenfalls im S-Tier finden wir das Schnellfeuer und das Penetrating Arrow Rope bzw. Jäger-Bild. Ich sagte es schon mal, aber der Jäger ist wie Phönix aus der Arsche. Er ist nicht beachtet worden, dann vergessen und jetzt voll da. Beide Builds sind extrem schnell unterwegs und das Schnellfeuer-Bild hat einen sehr hohen Burstschaden. Durch die hohe Mobilität und das geschmeidige Gameplay ist der Jäger schon seit der ersten Season einer der beliebtesten Klassen. Beide Builds sind schon wie gesagt extrem schnell unterwegs. Die höchsten Clears sind derzeit 124. Das letzte Build im S-Tier ist der Sornspub. Wenn ihr in allen Mechaniken einfach stehen bleiben wollt und es genial findet, wenn Gegner sterben, weil sie euch angreifen und ihr mehr als 400.000 Leben haben wollt, dann ist der Sornspub genau für euch. Allerdings ist es sehr gewöhnungsbedürftig, denn ihr habt keine Möglichkeit direkten Schaden zu verursachen. Sondern seid immer auf die Gegner KI angewiesen, die euch angreifen muss. Höchster Clear ist derzeit 136. Bevor wir jetzt zu den besten der besten Endgame-Builds kommen, habe ich für euch noch einen Hornwöbel-Menschen und zwar den Frosty Strike Mage, dem wohl schnellsten Gruben-Farmer der Season 4. Schnell, mega einfach zu spielen, insane Aoe-Schaden, allerdings sehr hohe Ausrüstungsanforderungen, unter anderem eine sehr hohe Abklingzeit, aber dennoch ist dieses Bild das schnellste Vollendungs-Material-Farmer der Season 4. Und nein Jäger, ihr seid nicht mal ansatzweise so schnell wie dieses Mage-Bild. Und jetzt zu dem, warum ihr eigentlich alle hier seid. Die besten der besten Builds. Und ein richtiger Gauner würde sagen, dass ihr das erst in dem zweiten Part erfahrt. Auch wenn ich gerne mal ein Gauner bin, gibt es keinen zweiten Part und ich erzähle es euch gleich. Allerdings möchte ich vorher ein kurzes Shoutout für ein Herz für Gauner machen, einer super tollen Community. Wenn ihr ebenfalls auf der Suche seid nach einer Community zum gemeinsamen Spielen und Zocken, dann joint doch dem Discord von ein Herz für Gauner. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun zu dem allerersten Bild im Tüppel-S-Tier. Der Herzsucherjäger. Der Herzsucherjäger zerstört aktuell alles. Und vor allem kann man das gleiche Bild für jeden Content nutzen. Er ist schnell, einfach zu spielen. Ihr müsst nicht mal eure Fähigkeiten zielen. Weil sie zielsuchend sind. Und aufgrund, dass Herzsucher auch noch eine Basisfähigkeit ist, haben wir auch keine Ressourcenprobleme. Ich rocke derzeit mit dem Build durch die Grubenstufen. Allerdings hänge ich mit meiner Ausrüstung noch etwas hinterher. Zudem sind die Preise für Herzsucherausrüstung geradezu explodiert. Aber alles in allem das perfekte Comeback für den Jäger. Höchster bestätigter Clear ist derzeit 137. Davon bin ich selbst aber noch ein ganzes Stückchen entfernt. Weiter geht es zum gewusstet es alle, dass es kommt, zu dem Bash Barb. Und zwar zu der CN Bleed Variante. Extrem hoher Schaden, super Überlebensfähigkeiten, alle Schreie vom Barb. Das Zusammenziehen von Gegnern und Schaden, der nicht mal Wut kostet. Dieses Bild hat einfach alles. Irgendjemand bei Blizzard liebt Barbaren. Ich habe es gespielt und es ist der Hammer. Allerdings gefiel mir der Spielzell nicht ganz so. Denn für mich muss ein Barb so richtig draufhauen mit richtigen Wumms und Animationen. Höchster Clear ist derzeit 138. Platz 2 auf der Tiles bereitet mir richtig Bauchschmerzen. Es ist der Firebolt Shatter Mage. Extrem krasser AOE Schaden und unsterblich. Allerdings braucht dieses Bild einen bestimmten Endboss, damit er überhaupt eine Chance hat, die Grube erfolgreich abzuschließen. Denn ohne Gegnermaßen macht dieser Mage einfach keinen Schaden. Und spätestens jetzt sind wir dann wieder beim sogenannten Rift Fishing. Nichtsdestotrotz muss ich den 140er Clear anerkennen und irgendwie ist es doch ganz cool zu sehen, dass es Builds gibt, die irgendwie oben mithalten können. Eventuell findet noch jemand etwas für den Druiden, denn dann haben wir alle Klassen im Triple S-Tier vertreten. Aber bis dahin ist und bleibt der Negro auf Platz 1. Höchster Clear ist 141 mit dem Golem Build und ich habe es schon mal gesagt, wenn sich da nichts tut, sage ich einfach 4 Meter Update letzter Woche. Krasser Schaden kann sich hinter einem Haufen Minions verstecken und das alles sollte auch niemanden mehr unbekannt sein. Ihr habt alle Negro gespielt und ihr wisst, was ich meine. Einziger Nachteil bei einem Minion Build ist die Minion KI und der Spielstil, denn ihr seid nur der Supporter für eure Minions. Jetzt denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann das nächste Mal. And don't forget, we are the channel. Wir sehen uns dann, wie wir sehen uns dann, wie wir sehen uns dann.